Warte, du kommst in der Fall, bleib bei der erste Part von Skyrim? Ähm... Ah! Das ist da. Was gab dir denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Auch wenn... Siebelstress? Ihr älter seid als ich. Ach schade, das geht nicht. Ich muss mal ganz kurz was umstellen in der Audio. Alter, holy shit. Boah. Boah, Alter, warum ist das so scheiße lauter, Alter? Alter. Alter. Ich muss immer so laut sein, weil sie lebt. Alles geht. Ja, wir grüßen dich, ne? ich muss euch bitten damit aufzuhören dieses ich weiß zwar nicht gegen welches gesetz mit euren aktivitäten gerade verstoßt aber ich werde euch dennoch einsperren ich werde euch im auge behalten wartet ich kenne euch doch ich habe hier einige gute stücke wenn ihr etwas sucht drinnen gibt es noch mehr ich sage nicht dass ich die besten waffen und rüstungen was habt ihr denn eisen erz brauche ich bitte in tupé und eisen würde ich gerne haben leder wäre auch immer gut fürs hausbau oder für den hausbau die brauche ich auch immer für das hausbau und mehr hast du aber auch nicht da für den hausbau vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen falls sie etwas braucht da kommt da das war nicht egal 17 leder was ist es da kommt serana wird einmal alles rausnehmen und dann wird einmal alles da rausnehmen ich bin dabei ich rede doch nicht da rum sonst nichts mehr ja eigentlich sollten wir noch mal items verzaubern einfach nur weil wir es können ja warte wie geht er zu tragen zu müssen so viele seelensteine deswegen was gibt es nun gut dann lass mal sehen was er da hat ja ich nehme mal kurz bei waffenlose gucken irgendwas was wir nicht brauchen wir haben neun eben jetzt okay die können wir alle mal mitnehmen alle mal mit okay zwei streitekse können wir auch mitnehmen 11 kriegshammer den 2 kriegshammer so wenn wir den winzigen mit schaden und 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 hier wieder besucht ihr die drachen fest um über die andauernden feindseligkeiten zu diskutieren wie die anderen großen krieger nein ich bin hier oben weiter zu verzauern weil sie die aufgefallen ist also ich habe noch kein klick schon ausgebildet das ding was schaden kleiner sehnstein was schaden blitzschaden kleiner sehnstein so viel haben wir nicht verzaubt jetzt können wir doch alles verkaufen die zauberung machen wir dann mal vor schaden jetzt gehen wir in die plattenrüstung müde kunst, magiere in den göttlichemagieren Beschwörungen? Oder ist das der Wert für Serana? 5% 8% bessere Preise Schlossknacken, oh Schlossknacken wäre geil 22% Tragfähigkeit wäre aber auch geil Tragfähigkeit in 26 Punkte erhöht Nehm ich erst mal Ich glaube bei dem Goldring macht das Verzauern noch Tragfähigkeit in 26 Punkte, das wäre alles zu geil Dann können wir noch Redekunst machen Und da sind dann Kassier So So Tragfähigkeit Kleiner Seenstein Fällig Besucht ihr die Drachenfeste um über Zauber und Beschwörungen für jene die sie anwenden können Wir können nur Aure ins Bogen verkaufen Ne, danke Ah, wir können aber das nicht verkaufen Ne, das ist dann gar kein Fall Das auch nicht Nein Ja 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 Und Ja Und Wenn ihr die entsprechende Begabung habt solltet ihr die Akademie der Magier im Winterfeste besuchen Ach Wo warst du, Serana? ich muss euch bitten damit aufzuhören ich weiß zwar nicht gegen welches gesetz ich werde wartet ich kenne euch doch wie ich das gemacht habe weil er immer so war immer so ein achtes uns gegenüber uns gegenüber so und ihr habt unseren lobpreis verdient ich muss euch bitten damit ich weiß gut schön dass wir das gerade geklärt haben ich will einfach weiter ich will einfach weiter ich will einfach weiter ein zweiter regelhandel in welchen jahren weil ich mittlerweile morgen noch keiner darf willkommen die besten waffen und rüstung ok wir können kaum was verkaufen weil ja gut also wir können aber nicht verkaufen aber wir können ok ich bin aber wir können die kaufen das ding verkaufen jetzt können wir nämlich von unserer seite das kaufen was wir brauchen dann können wir aber wiederum noch was von uns verkaufen wie den zwergenzweihänder hier würde ich sagen kriegshammer oder den soll die nicht und dann den und dann vielleicht nochmal den ach komm so es ist schön mit euch geschäfte zu machen jo ich habe hier hm klingen helme so ziemlich alles was ihr braucht die haben dasselbe im winter vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen falls ihr etwas braucht na krass ey aufpassen ey aufpassen ich muss euch bitten damit aufzu- gut schön dass wir das geklärt haben wäldet doch ich habe noch ein paar Sachen die du auch gleich brauchen könntest ich bin sicher ihr findet wonach ihr sucht und wenn nicht da haben wir da was mit besseren Preise haben wir da was mit besseren Preise haben wir da was mit besseren Preise wenn wir uns da was haben irgendwas äh weshalb keine erzählen können aber eigentlich ist das scheiße ich glaube wir haben zu beginnen mit uns eigentlich nicht ich habe noch einiges im lager alles für manche ist es ramsch für mich sind es schätze ich werde es sich aufhören aufhören von 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 Da ist aber echt nichts da. Egal so. Ich will gar nichts noch behalten. Wo sind wir die ganzen E-Mails? Ah, Hammer. Was ist meine E-Mail-Zimmer? Hä? Meine E-Mail-Zimmer sind weg. Die E-Mail-Zimmer sind weg. Die E-Mail-Zimmer sind weg. Die E-Mail-Zimmer können wieder zu Essen kaufen. Bitte kommt wieder. Oh, was gibt es? Irgendetwas brauchbares? Die E-Mail-Zimmer sind weg. Die E-Mail-Zimmer sind weg. Die E-Mail-Zimmer sind weg. Die E-Mail-Zimmer sind weg. Alter. Ich lasse jetzt wieder. Schöne Sause. Kann ich kein Gericht kochen? Ist das nicht so ernst? Kann ich kein Gericht kochen? Alter. Ich glaub mal, Serana. Was nun? Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Es ist egal, wenn du alles mit, was wir haben. Alter, wie viele, Serana, wie viele Zutaten hast du bitte? Ja, wir können auch Alchemie ein bisschen hochtreiben dann. Bitte. So, warte. Red ist ganz schön gemein. Sie bestimmt immer, was Lars und ich machen sollen. Ich will nicht mehr mal spielen. Wobei, warte, hier sind ein paar Sachen, die ich nicht verbrauchen will. Äh, hier. Den will ich nicht verbrauchen. Äh. Wo ist ein erledenes Spaß da mit? So. 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 Das war alles. Jetzt sind wir der EBS-T-Server wieder da. Egal. 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 Zutaten bin ich aber noch gar nicht in den Zutaten eigentlich. Was nun? Ich bin dabei. Alles klar. Das ist alles in Ordnung. Ja? Braucht ihr etwas? Serana! Was nun? Alles klar. Sonst nicht? Ja? Irgendetwas brauchbares? Ja? Das ist ganz schön. Ja, es ist richtig. Das ist alles. Das ist schön. Das ist schön. Der war er. Ich habe das sehr gut. Ich werde das nicht einfach. Das ist sehr gut. Das ist gut. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Was ist denn das? Ich muss euch bitten, damit auf... Gut. Wohl! Wohl! Na kass! Wozu die Eile? Wohl! Ich muss euch bitten, damit auf... Ich bin, dass wir das gerade geklärt haben. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient. Wohl! Na kass! So. Ich wollte jetzt irgendwie nach oben kommen. Wohl! Na kass! Wohl! Wohl! Na kass! Wohl! Wohl! Untertitelung des ZDF, 2020 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 so besucht ihr die drachen feste um über die andauernden feindseligkeiten zu diskutieren wie anderen großen krieger so 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 we sind 15 mittlerweile alter wie herstellt oder so ein herzen okay alter so regier listen aber ich hätte es jetzt mal machen In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ich sehe, dass er da auch kuppet ihn hat. Yes. Ich denke, es lag. Okay. So. D3. Oh ne, ich starte. Alter. Okay, jetzt habe ich aber genügend Drenke. Ich muss euch bitten, damit aufzunehmen. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Ja. Jetzt sehe ich die Menge Drenke, die wir überhaupt nicht brauchen können. So, Ausdauer. Das ist ne Zauberung. Ich bin ein Glieder. Ich bin ein Glieder. Ich habe das in den Zauberung. Das ist ein Gliederung. Und jetzt ist das eine große Wegewege. Aber ich habe das gescheitert. Bei allem, was dir heilig ist, was? Was für ein Schrei. Graubärte auf ihrem Berg. Ja. Na klar! Ich muss euch bitten, damit auf... Na klar! Nicht als Gott, sondern als Mensch. Geraner! Ich muss euch bitten, damit auf... Na bitte, ich bin schnell fortgewegen. Na klar! Ich muss euch bitten, damit auf... Gut! Wohl! Ich muss euch bitten, damit auf... Ich muss euch bitten, damit auf... Wohl! Überall waren weiterhin. Das wirkt mir eh kein Ärger. I'm home! Wie wird zuhause? Hallo! Okay, hören wir nicht. Wir könnten zumindest die ganzen Zutaten, wenn wir übrig haben, D3-Hertz und so reinpacken. Wie will ich eh... Serana noch irgendwie... Oder Serana? Ich hab ne Idee. Hier Serana, ich hab noch was für dich. Und so die detrische Plattenanrüstung. Oh nein! Verrata würde dich nehmen. Was braucht ihr? Das werde ich nicht für euch tun. Ach... Ich hab ne... Ich hab ne... Spontan... Ich hab auch grad nichts, was wir jetzt nicht bauen. Außer wir haben noch, äh... Hier, die ganzen Ärzte die wir noch weg packen können. Rockerzahn, Leder, Röntgenereensteinen, Papierrolle, hier ist die Steine von Barenzia, Zwingelhörner. Also wir müssen trotzdem noch ein bisschen das runterkriegen, aber ich glaube, das liegt glaube ich auch vor allem an den Tränken, die wir alle dabei haben. Das brauche ich nicht. Das können wir noch wegpacken, ja. Das im Raum nicht. Wir können locker jetzt viel Zeit von dir wegpacken. Die werden wir eh wieder tun. Oh, ups, das war eigentlich doch gerade egal. Ach, wir haben noch einen. Von dem nehme ich auch mal sehr viel weg. Betekunst. Dann können wir auch mal dran wegpacken. Und gar nicht höchste Heilung. Die höchste Magikur kann weg. Illusion kann weg. Ah, da sind wir zum 1. Ich schaue noch etwas. Die 2. Die 2. Die 4. Die 5. Die 5. Die 5. Die 5. Und rein, die kommt weg. Und bei Altman zwölf weg. 621, Altman zwölf weg. Und die Kölny kommt weg. Viko kommt weg. Und die Kölny kommt weg. Und die Kölny kommt weg. Und die Kölny kommt weg. 31 Stück, Alter. Und die Kölny kommt weg. 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 Das ist alles, in Ordnung. Ich würde sagen, danke für Susi, bis jetzt weiter, für die Wettbewerse, die Götter, so will ich immer passen, jetzt will ich es nächstes Mal. Ciao. Ciao.